Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal einen ganz einfachen Trick, wie du so eine Tomate eigentlich richtig schälen bzw. häuten kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir die Unterseite von unserer Tomate, diese drehen wir also um, mal hier ein kleines X mit einem scharfen Messer hineinschneiden. Wichtig hierbei ist, dass wir wirklich nur die Oberfläche von der Haut ankratzen und nicht irgendwie zu tief in das Fruchtfleisch hineinschneiden. Danach die Tomate am besten mit einem Schaumlöffel einmal in einen Topf mit kochendem Wasser so für ca. 15 Sekunden lang geben. Auf keinen Fall länger, da wir ja nicht möchten, dass unsere Tomate hier gekocht wird. Und wenn sich wie bei mir hier jetzt zum Beispiel die Schale von der Tomate schon fast von alleine löst, dann diese wieder hinausnehmen und am besten noch in einen Topf bzw. in eine Schüssel mit kaltem Eiswasser geben. Hier drin lassen wir sie jetzt noch ca. 1-2 Minuten wieder auf normale Temperatur runterkühlen. Zum Schluss unsere Tomate noch rausnehmen, dann können wir nämlich die Schale hier ganz leicht von der Tomate runterschälen. Und wenn das geschehen ist, haben wir somit auch schon unsere Tomate jetzt richtig geschält bzw. richtig gehäutet. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so ein hochwertiges Küchenmesser, einen Schaumlöffel, Kochhandschuhe oder auch einen Profi-Kochtopf zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.